Hallo, in diesem Video hier möchte ich mich mit dieser Aufgabe beschäftigen, in der es um das Thema nicht-linearer Widerstand bzw. Dioden-Kennlinie geht. Das ist eine Aufgabe, die mir auch ein Student freundlicherweise per E-Mail zugeschickt hat, mit einer kleinen Frage dazu, wie man an diese Aufgabe rangeht. Vielen Dank dafür. So, wie so üblich nehme ich die jetzt mal, kopiere die und füge die in mein Zeichenprogramm ein. Passt ja ganz gut hin. Und dann schauen wir mal so kurz drauf, die ist hier relativ klein. Es gibt diese Schaltung, die besteht aus einer Spannungsquelle, vier Widerständen, die in so einem Ketten-Treppen-Netzwerk hier verschaltet sind. Dann gibt es hinten zwei Klemmen, da ist sozusagen die Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom und Widerstand, Innenwiderstand dieser Schaltung gesucht in der Aufgabenteil A. Wenn dieser Schalter hier hinten geöffnet ist und in Aufgabenteil B geht es dann darum, eine Diode hier anzuschalten, eben als nicht-lineares Bauelement, als nicht-linearen Widerstand, wenn man so will. Und von dieser Diode ist diese Kennlinie gegeben und dann ist eben die Frage, was für eine Spannung stellt sich hier an den Klemmen ein und was für ein Strom fließt durch diese Diode hier hinten durch, wenn man jetzt diesen Schalter schließt. So, also fangen wir mal an mit Aufgabenteil A und überlegen uns, naja, wenn der Schalter offen ist, dann habe ich ja hier einfach nur diese beiden Klemmen, dann kann ich die Diode komplett ignorieren. Und dann ist eben gefragt, wie groß ist Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom und der Widerstand RAB eben aus Sicht dieser beiden Klemmen. Und das Einfachste, mit dem man vielleicht anfangen kann, ist diesen Widerstand zu ermitteln. Aus Sicht eben dieser Klemmen, wenn man von der Seite, ich versuche das mal hier so zu skizzieren, wenn man eben von der Seite in die Schaltung reinschaut und dann diesen Widerstand ermittelt, was letztendlich dann der Innenwiderstand, der Ersatzwiderstand, Ersatzinnenwiderstand dieser Schaltung ist. Und dafür schaltet man, dafür muss man sich natürlich irgendwie überlegen, was mache ich jetzt mit dieser Spannungsquelle und diese Spannungsquelle, die schaltet man einfach aus. Und ausschalten heißt eben, grafisch gesehen, wir denken uns diesen Kreis weg. Und dann wird aus einer Spannungsquelle ein Kurzschluss, eben weil eine ideale Spannungsquelle einen sehr kleinen, unendlich kleinen, einen Innenwiderstand von 0 hat. Und deshalb wird da draußen Kurzschluss. So, und das heißt, diese Spannungsquelle hier, wenn ich die ausschalte, die schließt dann auch schon mal diesen Widerstand R1 kurz. Also der Widerstand R1 ist hier nur zur allgemeinen Verwirrung eingetragen. Der trägt überhaupt gar nichts zur Schaltung bei. Kann man auch sehen. Also man könnte auch die Position von dem Widerstand und der Quelle einfach tauschen, einfach horizontal spiegeln. Und naja, also die Quelle hält eben die Spannung an diesen beiden Punkten hier oben fest. Wenn man den Wert des Widerstandes R1 ändert, dann ändert das nur was an dem Strom, der hier durch den Widerstand R1 durchfließt, ändert aber eben nichts an dem Rest der Schaltung. So, und also, ja, die Quelle schließt den Widerstand R1 kurz. Wenn wir von hier reinschauen, sehen wir dann, dass der Widerstand R2 und R3, dass die parallel sind. Ja, wenn es hinten eben den Kurzschluss gibt. Und in Reihe dazu ist noch der Widerstand R4. Also kommt hier vorne raus, das ist R4 plus R2 parallel R3. Und jetzt muss man da noch diese ganzen Werte einsetzen. Das mache ich mal in einer kleinen Zahlenrechnung in Octave. Habe ich mir schon mal irgendwie vorbereitet. Und gebe dir mal die Werte rein. Also R2 sind 6 Ohm. R3 sind 14 Ohm. Und R4 sind, komischer Zahlen, 13,3. So, jetzt brauchen wir noch so eine kleine Funktion für die Parallelschaltung. Könnte man jetzt auch so rechnen. Ja, ich mache das gleich mal irgendwie ordentlich. Also, aus den Widerständen R1 und R2 kann man die Parallelschaltung ausrechnen, indem man die, das Produkt der Werte durch die Summe teilt. So, und damit können wir jetzt RAB ausrechnen. Das ergibt sich nämlich aus, so wie da oben hingeschrieben. RAB ist gleich R4 plus die Parallelschaltung von R2 und R3. So, und ja, kurzer Überschlag im Kopf. Also, wenn ich, ups, wenn ich, ähm, 6 und 14 Parallelschalte, sollten da vielleicht 5, 4, irgendwas rauskommen. Wenn ich 13 dazu rechne, sollten da irgendwie 18 oder sowas rauskommen. Ähm, also ungefähr sowas wie 18 Ohm, 17,5, das passt ganz gut. Ja, also haben wir hier 17,5 Ohm für den, im Widerstand, Ersatzwiderstand dieser Schaltung. So, dann das, was sich meines Erachtens als nächstes relativ einfach bestimmen lässt, ist diese Leerlaufspannung hier an den Klemmen. Ähm, die heißt hier U0. Vielleicht nenne ich die auch mal lieber U0, um hier nicht zur allgemeinen Verwirrung beizutragen. Also U0 soll die Leerlaufspannung sein. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, wenn das hinten die Leerlaufspannung ist, dann fließt ja an den Klemmen kein Strom. Wenn kein Strom fließt, dann gibt es auch keinen Spannungsabfall über den Widerstand R4. Das heißt, die Spannung U0, die finden wir auch genauso über den Widerstand R3 hier. Und dann kann man gucken, dann ist das ein ganz einfacher Spannungsteiler, weil die Spannung UQ von der Quelle, die teilt sich dann eben entsprechend auf diese beiden Widerstände auf. Also Spannungsteilerregel anwenden, Teilwiderstand durch Gesamtwiderstand ist das gleiche wie Teilwiderstand zur Gesamtspannung oder eben Teilwiderstand durch Gesamtwiderstand mal Gesamtspannung ergibt die Teilspannung. Auch das mache ich zahlenrechnungsmäßig jetzt in Octave. Also wir brauchen erstmal UQ. Das sollen laut Aufgabenstellung steht hier drüben 2 Volt sein. Und dann kann man U0 ausrechnen. Das sind, wie gesagt, eben Teilwiderstand durch Gesamtwiderstand mal die Gesamtspannung. Und klar, dann kommt da eben was kleiner raus als 2 Volt, sind ja alles Widerstände ungefähr eben da, also oder ja, genau in diesem Verhältnis. Und dann sind das 1,4 Volt. So und ja, genauso könnte man auch sagen, jetzt schließe ich diese beiden Klemmen kurz. Und rechne hier vielleicht erstmal den Gesamtstrom aus, der hier fließt, in die Quelle speist und dann mit Stromteilerregel den Kurzschlussstrom. Man kann aber auch einfach sagen, dass eben sich die Leerlaufspannung ergibt aus dem Innenwiderstand oder Ersatzwiderstand mal dem Kurzschlussstrom. Einfach das Ohmsch-Gesetz, USR mal I. Und das kann ich in Richtung des Kurzschlussstromes umstellen und sagen, Kurzschlussstrom, genau, der heißt ja auch IK, ist eben Leerlaufspannung durch Innenwiderstand. Und da wir die beiden Sachen ja vorher schon ausgerechnet haben, kann ich die jetzt ja auch einfach einsetzen und kann sagen, der Kurzschlussstrom, das ist U0 durch RAB. Und dann kommen da 80 Milliampere raus. 80 Milliampere. So und damit ist Aufgabenteil A schon mal gelöst und fertig. So und jetzt geht es weiter mit Aufgabenteil B. Man soll jetzt grafisch die Spannung UAB und den Strom ID durch die Diode ermitteln. So und das, was ich dafür mache, ist, ich suche mir jetzt noch mal die Aufgabenstellung raus und nehme jetzt mal nur dieses Diagramm hier raus, weil das hier so ein bisschen klein ist, kopiere das nochmal und suche mir sozusagen mal als Programm Paint raus. Paint ist sein Freund. Füge das hier ein, mach mal zuschneiden und zoome einfach ein bisschen rein. Und guck mal, ob ich das vielleicht so hinbekomme, dass das hier nicht den ganzen Bildschirm einnimmt. Aber ja, wahrscheinlich kriege ich die Werte jetzt hier trotzdem nicht daneben, aber ist egal. Also wir brauchen, was brauchen wir jetzt eigentlich? Wir brauchen, deswegen haben wir es ja gerade ausgerechnet, die Leerlaufspannung, 1,4 Volt, müssen wir uns mal merken, und den Kurzschlussstrom 80 Milliampere. Und grafisch lösen heißt jetzt, wir zeichnen eben die Kennlinie dieser Schaltung. Also hier an den Klemmen ergibt sich ja von der Seite der Schaltung eben auch eine Kennlinie, einfach eine UI-Kennlinie. Entsprechend der Laufspannung, Kurzschlussstrom, Innenwiderstand, das ist einfach eine Gerade, weil hier drüben sind ja nur lineare Bauelemente drin, ergibt die Kennlinie eine Gerade. Und hier haben wir die Kennlinie von der Diode. Und wenn man jetzt die Diode an die Schaltung anschließt, dann müssen wir einfach gucken, wo schneiden sich diese beiden Kennlinien, in welchem Punkt. Und das ist dann der Arbeitspunkt, der sich hier einstellt und die zugehörige Spannung und der zugehörige Strom liegen dann eben an, beziehungsweise fließen an diesem Punkt. So, und jetzt muss man sich einfach auf dieser Kennlinie nochmal vergegenwärtigen. Ich nehme mal Rot als Farbe und eben hier so ein Pinselchen oder so ein Punkt. Also, hier haben wir ja die Stromachse und hier unten haben wir die Spannungsachse. Hier ist die Spannung 0. Wenn die Spannung 0 ist, dann ist das genau der Kurzschlusspunkt. Und der Kurzschlussstrom, das waren 80 mA. Das ist dann genau dieser Punkt hier. Ja, das ist sozusagen IK, kann ich ja mal hier nochmal irgendwie dran schreiben. Das ist der Kurzschlussstrom. Und die Lerlaufspannung, wenn man sich ändert, das waren 1,4 Volt. Das ist genau hier an dieser Stelle. Das ist U0. So, und die Kennlinie dieser Schaltung, wie besprochen, ist jetzt eben eine Gerade. Da nehme ich mal auch ein bisschen dickeren Strich und zeichne ihn in Rot ein. Und das ist eine Gerade, die diese beiden Punkte miteinander verbindet. Also, die von hier nach hier geht. Und jetzt muss ich natürlich mal das Linientool nehmen, um mir eine richtige Gerade einzuzeichnen. Und die ist dann wiederum ein bisschen dick. Also mache ich die ein bisschen dünner. Und verbinde jetzt diese beiden Punkte miteinander. Und dann sieht man, und das ist wahrscheinlich auch das, was der Aufgabenersteller oder die Erstellerin sich hier gedacht hat, gibt es einen ziemlich klaren Kreuzungspunkt, der auch genau auf so einem Gitternetzpunkt liegt. Und also der Strom, der dann fließt, ist dieser hier, 40 Milliampere. Und die Spannung, die sich dann einstellt, sind 0,7 Volt, wie man sehen kann. Also das hier ist genau der gesuchte Arbeitspunkt. Und das übertrage ich jetzt mal noch für Aufgabenteil B hier auf den Zettel und schreibe eben hin, also bei B, die Spannung UAB, die sich dann ergibt, das sind 0,7 Volt. Und der Strom ID, der durch die Diode fließt, das sind laut dem Blatt 40 Milliampere. Und ich nehme vielleicht einfach nochmal den ganzen Teil hier und kopiere das, pack das hier hin. So, und das ist eine sehr einfache und sehr schöne und sehr schnelle Lösung dieser schönen Aufgabe. Mit ein bisschen Zweipol-Theorie und eben einfach einem grafischen Verständnis, was ist mit diesem Kennenlin-Bildchen da gemeint.